Das wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Ich glaube, das ist das schlimmste Satz, den man jemals sagen kann. Bleib doch unten. Das ist viel einfacher für dich. Da schlage ich mich doch mit dem Pistol etwas besser. Da dürfte es da ein bisschen genauer sind. Und, next. Hm, okay. Ach, alle down? Ne, nicht ganz. No, noch einer. Eine ganze verdammte Armee kommt auf mich zu. Down sind sie ja auch. Der Typ steckt was. Ne, der noch immer? Ich nehme mal die MP5 mit, da. Na, kommt runter. Sehr großer Fehler. Jetzt erschieße ich mich wirklich die Arschbacken. Oh, schade. Dachte, der rollt auf die Treppe runter. Painkillers. Umso mehr, umso besser. Der Max, da muss ich schon richtig draus sein. Auf richtigen Treppe. Ich hoffe, es wird nicht mehr, wenn wir wieder mit dir kommen. Okay. Wie sage ich immer, let's kick some ass. Eins, zwei. Drei. Okay, komm näher, komm näher, komm näher. Ich liebe das Bolle-Time. Jawoll. Next down. Jetzt geben wir die Munition schon wieder aus. Nehmen wir mal die Pistolen. Da habe ich hier auch fast keine Munition mehr. Da will er mich stürmen. Nimm das Gewehr. Dankeschön. Okay, da hinten ist noch einer. Ja, oder? Ja, da war einer. Scheiße, 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 scheiße. Stirb. Boah, es war knapp, ey. Komm, steh auf, Mr. Max Payne. Stehen Sie doch auf. Sie müssen kämpfen. Okay. Gehen wir langsam weiter. Ich glaube, du kannst mich überraschen. Hä? H-Bitch. Oh mein Gott. Hm. Und das geht ins Gesicht. Das geht ins Gesicht. Ne, doch nicht. Durch die Weste, durch sogar. Ich weiß nicht. Ich bin mir schauen, was hier ist, ich glaube. Okay. Sorry, es muss das sein. Drücken wir mal wieder ein bisschen Knöpfe. Oh. Woher geht es? Ich komme. Ich weiß nicht. Ich denke, ich bin ein paar Lieben. Ich kaufe die Geld? Nein. Ich bin, die Leute beherrscht. Wir haben viel Freunde. die aufstehen ok gut zu wissen das tauschenlampe drei männer vier männer und damit das nicht Teil hat der Gott das wäre mal richtig geil auf einmal blind schießen da zwei Schuss noch scheiße Shotgun habe ich auch noch ja das oh fuck Granate fuck nicht sterben okay gut Glück Köln Fortschritte 5 mitnehmen Lauf der Alte Knacker und komm 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 schaffst du ja sind doch nicht mehr so nutzlos oh ja oh mein Gott mhm okay bisschen kleiner Grafikpack oh yeah Sniper Rifle 50er Kaliber jetzt lass mir ein paar Köpfe explodieren ja ja fast was ist passiert Passos shit so gang up ahead of my way I'm almost out of ammo bro I'm gonna run for it all right try to clear you some space I'm going back in bro you're kidding me ja gut Schau mal wie wir uns als Schar-Schützer schlagen hm boom du musst mir glaube ich auch ein bisschen vorhalten immer ja ja doch schade ich wollte schon Kopfschuss landen aber es ist nicht so einfach ich glaube da gibt es sogar ein bisschen Bullet Drop also die Kugel fällt ab okay okay oh ja das war schon der Kopfschuss na so wollte ich es haben okay next one please okay 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 ich sehe ich glaube hier hier und durch die Hand und durch den Bauch hier hier könnte das Schloss aufschießen aber nö wenn wir lieber um ums Leben gell ok okay okay wo noch wo noch da hinten ist noch einer oh yeah Kopfschuss da hat noch einer in Kopfschuss wo 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 denn ach da ist noch einer Schüssi! Jetzt lauf! Lauf, 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 lauf! Was für ne Überraschung, hm? Glück gehabt, Junge! Das war zu nahe! Ich komme rein, bevor ich noch mehr rauskomme! Er hat ein guter Schütze! Verdammt, Mann! Das war nicht lustig! Hör auf mich, du gehst für den Schrauber! Wir müssen uns bereit sein, um die Hölle rauszukommen! Ich glaube, ich werde mit dem Geld bleiben. Das klingt wie ein Plan! Ich bin leid für ein Plan, Mann! Oh nein! Jetzt haben wir noch einen Sniper an mir! Jetzt lass mich mit diesem Mann erst! Alles klar, Mann! Ich gehe auch! Bleib in Kontakt! Verdammt, ne Schwarzschütze! Verdammt, ne Schwarzschütze! Was schaffst du, Alter, Mann! Reiß dich zusammen! Hui! Glück gehabt, hm? Das verschwitzt ist er schon! Zwei Kugeln in der linken Brust! Eine Kugel im linken Arm! Komplett zerschossen! Aber er kämpft weiter! Gib dem mal ein paar Painkillers und da kann er eine ganze verfluchte Armee bezwingen! Der Ort war wie Fort Knox! Hey, Passos! Passos! Ich habe dich auf dem Sicherheitskampf! Wo bist du? Ich weiß nicht, irgendwo in diesem Stadion! Jesus! Was ist passiert? Ich denke, die Leute, die kamen zu robben, kommen zu Ende der Arbeit! Remind mich wieder. Wer sind diese schönen Mann? Ein bisschen paramilitarisch. Ich weiß nicht. Paramilitarisch? Right-wing-Gunst für Hire, Ex-Cops-Militarisch. Ich weiß nicht. Sie können Weaponschreiten. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Der Mann ist für seine Leben. Sie sehen, Fabianna ist auf den Barsen des Tachete. Por favor! Por favor! Jesus! Sie haben ihn geschlagen! Da geht's Geld. Wir haben eine Frau und drei Millionen Dollar. Der Boss wird uns eine Begriffe geben. Ja, das ist alles falsch. Komm schon. Wir werden aus diesem Ort. Geh' vor dem Mann in der IT-Tower. Ich will dich mit dem Schraubchen treffen. Ich bin mit dem Schraubchen. Ich habe ein Schraubchen in meinem zweiten Lieblingsbruch. Ich hatte ein Schraubchen in meinem zweiten Lieblingsbruch. Und der einzige Weg, in dem wir jetzt die Fabianna zurückkommen hätten, war in den Stolzungen. Wer uns alle unabhängigte Gäste waren, war ich mit Soldaten. Ich schnappe uns dann scharf, Schützen. Ein paar Pankles rein zuerst. Die Typen zuerst ausschalten. Der hat sie nicht mal gecheckt. Er lebt glaube ich noch, oder? Ja! Aber er wird es nicht mehr. Jetzt wird ihn wieder raufschleichen, dass er mich nicht sieht. Und lauf, 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 lauf. Und das ist nicht gut. Wow! Das ist sicher einer, ja. Ja. Aber der ist tot. Scheiß Kugelschutzweste. Keh, rauf da. Jetzt holen wir uns den Sniper. Ich gehe hoch. Gut, mach es schnell. Aber glaub mir, ich werde es nicht mehr wegziehen. Ich habe mich mit Max Payne in den Stolzungen gezogen. Sie haben den Sniper der größten Platz der Gäste. Vorher war es sehr, dass die Schäden nie gezeigt haben. den Zerrat im Sensten Monnet von der Zeit letzter Mann am Boden es bleibt nur noch einer in der Stadt 3 jetzt mein freund sieke bei warum das Gesicht und in die Eier ach Gott jetzt nix wie raus hier Ich weiß. Ich weiß, wie ein Entrance zu machen, Mann. Jetzt gehen wir hier aus. Let's go. We're being paid to get the money. Not those two. Ich habe in der Bar drei Stunden oder etwa fünf Jahre gesetzt, aufgrund von wie man Dinge an sich schaut. Ich versuchte nicht, Dinge an sich zu schauen.